So, hallo, wir machen weiter. Am schnellsten kommen wir dahin von da. Ja, das sollte passen. Ja, das ist ein guter Tipp. Ein guter Hinweis. So. Zack. Ähm. Ich würde hier oben anfangen und mich dann so nach vorne arbeiten. Ich denke, das ist ganz klug. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich denke, ja. Moment. Ja, dann ist die Richtung richtig. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was uns auf dem Weg noch so begegnet. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Dadadam. Zumindest wettertechnisch ist jetzt nichts Unerwartetes im Moment. Nur wolkig, wolkig, wolkig. Das ist alles okay. Damit kann ich leben. Oh, was? Okay. Sieht aus, als hätten wir eine Planänderung. Außer, dass es ein Schrein, der auf der Insel ist. Ach, scheiße. Ah, wollte ich nicht. Nein, mein Elektrostab. Nein. Ein schöner Elektrostab. Ach, Mann. So. Alter. Arsch, dann kann ich mich alleine. Nein, mein Ritterschwert. Alles geht kaputt wegen euch Arschlöchern. Starke Exerlanze gefällt mir aber. Werde ich dann gleich mal mitnehmen. Und wechseln. So, in welche Richtung ist denn der Schrein? Hier irgendwo. Wo? Ich weiß nicht, hier irgendwo wird wohl der Schrein sein. Jetzt muss das regnen. Gerade war es doch noch wolkig. Jetzt wird es wieder schwächer. Hier unten in der Schlucht, oder was? Oh. Ja, kleine Planänderung. Wir gucken uns erstmal hier in der Ulraschlucht um. Offensichtlich. Denn hier ist irgendwo ein Schrein. Und den hätte ich gerne. Oh, toll. Oh, hi. Chill mal. Chill mal. So, war's das. Gut. Aber wo ist jetzt der Schrein? Also die Richtung ist ja irgendwie nicht mehr richtig. Ah, wollte ich nicht. So ist die Richtung anscheinend wieder besser. Ne, da wird schwächer, ne? Ja. Ich geh nochmal da hoch. Da oben ging's am meisten ab. Aber wahrscheinlich ist der unten in der Schlucht, könnte ich mir vorstellen. Nein. Oder da, wo es geleuchtet hat. Guck mal, jetzt geht er nämlich wieder richtig. Das ist die Richtung. Die Richtung ist richtig. Okay. Oder die Richtung war richtig. Und es ist wirklich da unten in der Schlucht. Ich geh gleich runter. Ich geh gleich runter. Es ist eh da unten. Ich weiß es doch jetzt schon. Ja, das kann ich knicken jetzt. Da leuchten die, aber da ist nix. Oh, oh. Ah, es war klar. Ah, es war klar. Das hätte ja fast schief gehen können. Bevor sich ne Fee aktiviert. Huch, waren es nicht nur drei Herzen? Okay. Moment, das heißt, ich kann jede Fee in so ein Ding umwandeln und es fühlt mich voll. Das ist doch dann deutlich schlauer. Gut, die Feen haben halt die Fähigkeit, äh, dass ich halt auch sterben kann. Und dann heilen sie mich halt trotzdem noch. Das hat halt seine Vorteile. Ach komm. Nehmen wir halt den Leuchtstein mal mit. So viele Steine hier. Und ein Eisenhammer. Ja, ja, ja. Ja, Mensch. Als ob ich hier, wow, als ob ich hier was mit dem Eisenhammer machen soll. Wo sollen die denn hin? Da runterrollen vielleicht? Und da geht's dann nicht weiter. Da geht's dann nur da runter. Und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass der Schrein da unten irgendwo ist. Da müssen wir dann mal noch hingucken. Aber es wäre mir ganz recht, wenn es erstmal aufhört zu regnen, dass ich hier, ne? Dass ich hier auch wieder hochkomme. Yay. Das ist eh, das sind die Metalle, ne? Die kann ich so machen. Ja. Interessant. Äh? Was ist da oben? Ein ganz kleiner, oder? Ach, noch mal. Wie viel Eisenhammer gibt es hier denn? Das ist so ein Steinbruch. Okay. Also, wenn ich mal Eisenhammer brauche. Hier sind ein paar. Eisenhammer. Ja, ja. Chill. Ja, freilich. Ach. Okay, nur Interesse halber. Wir haben den ja eh gerade bekommen. Okay. Alter. Wie weit die Viecher halt fliegen können, ne? Okay. Also, ich tendiere immer noch drauf, dass da unten irgendwas ist. Aber ich laufe erstmal hier weiter. Irgendwo muss er ja sein. Achso, durch die Windströmung komme ich auch wieder hoch, selbst wenn es regnet. Das ist gut. Aber jetzt habe ich noch nicht drauf geachtet. Als bin ich wieder vorne, ne? Ja, so ein bisschen. Oh, lass mich in Ruhe, Junge. Toll. Gut, wie ich die abschießen kann. Ach, leck mich doch am Arsch. So. Wo liegen meine ganzen Pfeile? Hi. Nirgends liegen sie rum. Alle im Normana verschwunden. Toll. Oh, ich kann dich nicht reiten. Na gut. Route. Wo ist der Schrein? Ich meine, die Richtung ist eh wieder falsch, weil der Sensor nicht losgeht. Trotzdem muss ich... Alter. Danke. Trotzdem muss ich ja gucken. Ich meine, die Richtung ist halt eindeutig richtig. Also, hopp. Einmal ganz nach unten. Aber hier ist er halt auch nicht. Okay. Ganz unten ist er halt auch nicht tatsächlich. Aber die Richtung weiterhin. Okay. Ach, da ist ja noch eine Schlucht. Ups. Ah, da drüben. Ist leider auch nix. Hä. Ja, bin ich denn bescheuert? Wahrscheinlich ist es wieder so ein Schrein, den ich sprengen muss. Den ich aufsprengen muss. Und ich seh den nicht deswegen nirgends auch nirgends leuchten. Fuck. Das wird sein. Wird er hier schwächer oder stärker? Wird er schwächer, ne? Diese Schrein suche immer. In welche Richtung wird er stärker? In die. Oder auch nicht. In die da. Da ist er der schwächer. Hä? Hä? Jetzt können wir gleich wieder klettern, Gott sei Dank. Wir können jetzt wieder klettern. Danke. Ich bin halt wieder zu blöd, den zu finden, ne? Haaa. Never mind. Okay. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir Bombenpfeile einsetzen müssen. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ich da eine Bombe... Wobei doch... Doch vielleicht. Oh oh. Never mind. Okay, das ist hier über mir gewesen, ne? Oh oh. Ja. Ja, komm ich mit Bomben. Wenn ich Bomben runterschmeiße, das bringt mir nix. Ich muss da wahrscheinlich schon von drüben einen Bombenpfeil schießen. Na gut, komm. Probieren wir's mal. Das ist nämlich zu weit innen drin. Ja, das ist zu weit innen drin. Ja. Beziehungsweise... Auf den Versuch lass ich's ankommen. Äh. Scheiße. Das könnte so funktionieren. Das könnte so funktionieren, aber jetzt ist er weg, deswegen. Gehen wir den einfachen Weg. Einen Bombenpfeil können wir schon mal opfern. Ups, nein. Nein! Einen. Einen. Einen opfer ich. Nicht zwei. Das muss schon treffen. Achso. Ja, guck mal, jetzt ist der auch... Jetzt ist der immer wieder da. Das ist natürlich auch cool. Das heißt, wir können beides ausprobieren. Ah, zu weit. Bäm! Yeah, Baby! Das war unsmart. Ja, es reicht. Yes! Hallöchen! Rätsel schreien oder Durchlauf schreien? Das ist die Frage. Rätsel schreien. Okay. Gut, dass meine... Gut, dass ich kaum brauchbare Waffen dabei habe. Scheiße. Na gut, dann musst du wohl das Königsschwert dran glauben. Äh... So. Ja, Schild hab ich im Moment nicht ausgerüstet. So, perfekt. Vorher speichern. Ich kann ja auch diese Laser versuchen zurückzuschießen. Habe ich den schon fotografiert? Kann man gleich gucken. Ja, okay. Ach so, der muss den großen Laser ja machen dafür erst mal, ne? Die kleinen bringen mir ja gar nichts. Na toll, das hält halt kaum. Das kriegt halt kaum was. Das macht ihm halt einfach kaum was aus. Dann mach ich nur mein Schwert kaputt, aber egal. Moment, ich kann ja Dings wieder ausrüsten. Ach, hab ich. Das ist kein Unterschied. Das ist eigentlich auch nur, äh... Naja, wir können es ausrüsten. Es ist eh stärker. Deswegen. Ne, er ist stärker. 24, 24. Ich hab überall das stärkste, glaube ich. Ach ja. Na toll. Machen wir jetzt Laser? Machen wir jetzt Laser? Noch nicht? Schade. Oh, das kann ich auch machen. Aber das bringt gar nichts, wenn ich nicht gleichzeitig angreifen kann. Gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Oh, obala. Ich sehe auch gerade bei dem Kampf ist der Elefant da drüben gar nicht aktiv. Ist in den Schreinen, ist das dann draußen? Wahrscheinlich. Jetzt kommt der Laser. Ach, Mann. Nehmen wir halt wieder den Hammer. Das haben wir ja schon öfter gemacht. Ob jetzt der Laser? Nein. Immer noch kein Lace. Ah, meine Güte. Ich will doch nur den Laser haben. Immer noch nicht. Echt, wirklich? Hätte ich ja gar nicht erwartet. Na, komm. Ich kriege ja eh gleich eine neue. Ah, na endlich. Ich brauche eine Einhandwaffe. Geht das überhaupt? Ich hoffe. Ich bin mir nicht sicher. Wird schon gehen. Ups. Hat der gut funktioniert. Moment, ich habe das Schild nicht aktiviert. Wollen wir euch das Schild nicht... Oh. Habe ich es verloren? Das funktioniert nicht so, wie ich das wollte. Hä? Ist das Schild kaputt? Wow, Alter. Was? Okay, das scheint zu krass zum Abwehren zu sein, ja? Na gut. Dann wehren wir es halt nicht ab. Dann verprügel ich dich halt einfach so. Mir auch egal. Ich dachte, das geht schön mit dem Schild, aber dann nicht. So, tschüss, Sikowski. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, was liegt da rum? Wächter Schwert plus. Das ist natürlich schön. Das nehmen wir mit. Yay. Noch irgendwas? Nein? Okay. Viel zu viel Zeug wieder hergegeben hier. Vor allem Feen, ne? Oh Mann, war das schlecht. Was soll's. Yay. Habe ich alles? Ja. Gut. Sechstes Zeichen der Bewährung. Ui, 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 ui. So. Jetzt will ich trotzdem noch ein bisschen zu den Inseln rüber, oder? Naja, halbe Stunde. Ne, 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 Leute, sorry. Das wird sonst wieder eine Stundenpart. Das will ich nicht. Ähm. Dann im nächsten Mal eben. Beim nächsten Mal dann die Inseln. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.